Hallo Freunde, hier ist euer Foxy's Elitim. Wir machen heute wieder Half-Watten und wir machen eine kleine Bastelstunde. Samantha, sag uns jetzt mal ganz kurz, was wir basteln wollen. Ein Schneemann. Ein Schneemann auf Papier. Damit zeigen wir erstmal, was wir so brauchen. Und zwar einmal einen schwarzen Stift. Und einen Orangenstift. Einmal Wattepads. Solche zu, ja, Pads einfach. Und ein bisschen Wattel. Einfache, ganz sticknormale Watte. Okay, die legen wir auch hier vorne hin. Gut, denn ich habe noch keine Ahnung, ich habe noch keinen Schneemann gebastelt. Daher wird mir Samantha jetzt den Anweisungen geben, was wir so brauchen. Also womit wir anfangen. Zuerst brauchen wir drei Wattepads. Drei, okay. Drei Wattepads. Eins, zwei und drei. Wir brauchen noch Kleber. Wir brauchen noch Kleber. MacGyver, willst du mir gleich Kleber besorgen? Ist okay. So, damit haben wir jetzt angefangen. Und die müssen wir jetzt aufkleben, ja? Aber da muss noch Platz sein. Was heißt denn Platz sein? Dankeschön. MacGyver hat mir die Kleber besorgen. Und die kleben wir dann so eng auf, oder wie? Ja, aber hier, die Seite muss verdeckt sein. Welche Seite? Ist doch wurscht, oder nicht? Naja, das sieht dann nicht so... Okay. So sieht es dann besser aus. Also die Seite kleben. Die Seite kleben? Es muss aber ein bisschen Platz sein, damit wir noch einen Hut und den Schnee machen können. Das kriegen wir hin. Einen Hut? Ja. Okay. Ihhh. Das ist ja fuzzlig. Ist ja Nummer eins. Haben wir da mal auch mal Nummer eins. Wir hätten es, glaube ich, hier auf dem Papier machen müssen. Ach, wir machen es auf dem Papier. Okay, sagt mir das. Einfach sagen. Ich habe hier ein Haar. Meine Haare sind mittlerweile extrem lang geworden. So, darf ich auch? Mhm. Dankeschön. Zack, 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 zack. Und wir machen einen Kleber. Und ein Klebi, Klebi. So, meine ist es ein bisschen schief geworden? Ich habe drei Punkte, und du? Ja. Okay, wie geht es weiter? Fangst du mit der Nase oder mit dem Mund an? Also mit dem Gesicht. Ich fange mit dem Gesicht an. Okay. Also einmal Auge. Auge. Und den Mund. Naja, eigentlich, wir haben das Punkte in der Schule gemacht, aber egal. Ach, das haben wir in der Schule gemacht? Ja. Okay. Gut. Ich habe das so gemacht. Und jetzt eine Nase. Darf ich mir die Nase machen, wie ich will? Ja. Gut. Und weiter? Klebestift zu. Okay. Hättest du machen sollen. Ja. Malen wir jetzt. Das ist ein Schneemann. Ja. Und weiter? Jetzt malen wir den Hut. Wir malen einen Hut. Kurz ausmalen. Und dich malst du denn den Hut. Malen wir noch Arme und die das wieder ausmachen, ob du einen Besen machst oder Holzarme. Okay. Oder ob du einen Holzarme und einen Besen machst. Ist egal. Malen wir das nicht. Malen wir das Auszeichnen nicht lassen, dann dauert das Video für eine Stunde. Wir haben die ausgemalt. Okay. Sehen wir mal, wie sieht es auch aus? Sehr schön. Darf ich meinen Hut machen, wie ich will? Ja. Gut. Ich mache einen schicken kleinen Zylinder. Damit zeige ich, dass ich den ausgemalt habe. So zeigt man dieses Ausmachen. Weiter? Zunächst machen wir die Arme. Ich mache den so. Du kannst dir die Arme ausschauen, ob du nur so oder nur so machst. Oder so wie ich. Ist egal. So. Stiftst du? Der trocknet aus. Meiner? Wir haben die Watte noch nicht benutzt. Ja. Und die kommt jetzt. Ah. Die kommt jetzt. Wir reißen den richtigen Stück Watte ab. Okay. Ich will irgendwann auch die Stiftwarte abreißen. Und jetzt? So. Jetzt nimmst du mal so ein bisschen. Ein bisschen? Warum nicht so groß? Ein bisschen. So, das reicht. Okay. Und dann machst du den Schneeflocken. Was mache ich? Schneeflocken. Schneeflocken. Wie Schneeflocken? Jetzt bist du dran. Okay. Ein. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Fünf. Sechs. Sechs. Und weiter geht's. Hier ein Tröpfelchen. Da ein Tröpfelchen. Hier. Und hier. Und hier. Eins. Zwei. Und drei. Guck mal. Hier habe ich auch noch ein Tröpfelchen vergessen. Hier. Komm her. Komm. Hier. Ich bin nicht großzügig. Hier kommt noch ein Tröpfelchen. Und hier noch ein. Sehr gut. Hier. Komm. Warte. Warte. Komm her. So. Weiter. Und jetzt brauchst du etwas größere Stücke. Etwas größere Stücke. Wofür? So. Für den Boden. Fußboden. Ja. Okay. Das steht ja auch irgendetwas. Oder soll das fliegen? Soll das fliegen? Deiner kann auch fliegen, wenn du willst. Nee. Meiner kann nicht fliegen. Meiner ist recht nicht. Und jetzt klebst du die Warte hier auf. Ich kann dir die Warte genommen. Ich kann dir die Warte genommen. Bist du die Warte genommen? Ja. Mach nichts. Mach doch alles nichts. Also machen wir jetzt Schnee. Einer geht noch. Einer geht noch rein. Einer geht noch. Einer geht noch rein. Oh yeah. So. Und fertig ist euer Schneemann. Fertig ist der Schneemann? Okay. Ich mach dir noch fertig. In dem Sinne sag ich dir mal. Dankeschön. Und auf Wiedersehen. Sag euer Foxy-Hast-E-Foxy-See-Team. Das war eine zweite Bastelstunde unter dem Motto Have Fun. Ähm. Ich werde das Video jetzt so machen, dass man den Schneemann nochmal sieht. Samantha, bitte halt ihn nochmal hoch. In dem Sinne. Karte hoch. In dem Sinne. Dankeschön. Und auf Wiedersehen. Sag euer Foxy-Hast-E-Foxy-E-Team. Will Samantha diesmal Tschüss sagen. Tschüss. 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 Tschüss.